hallo und herzlich willkommen zur zweiten folge ich bin die selten Taster wie es in der letzten folge nicht so war bin ich ein Taster geworden und die Faker kommen hier komplett rum ich laufe hier rum als ob nix wäre das war schön Tastfaken und ich werde gerade angerufen von Damian was geht was ist hallo ich bin gerade so fett gewandet wer war das ich bin da gerade hochgelaufen habe einfach nur links den vent zu geben sehen ja dann flipp einfach wo liegt die Leiche überhaupt kannst du mal sagen bei mir ist glaube ich gerade René reingelaufen kann sein dass das rot war ja doch schon aber wie hast du denn da jemanden wenn gesehen ja ich wollte nur sagen dass ich sie gesehen ja du kannst doch keine Farbe werden wir haben keinen Namen nee Digga ich musste gerade shooten ja guck mal du hast dich halt da drauf fokussiert ja bloß das aber nicht René willst du ja echt einen youth-statismus René oh hallo hier war Kevin mit Kevin links ist es safe René nee der war glaube ich hab einfach auf Nüsse gekaut also eigentlich könnte es ja nur Damian oder Jonas gewesen sein ja du kannst jetzt doch auch er zu den Frupees rein ja aber Kevin meinte doch er hat seinen Wenden gesehen ja und jetzt heißt es noch einen oder wie ja wahrscheinlich ist der Typ dann auch gewendet ey man weiß ich hier beschuldigt so gar kein das gibt oder was hallo ja jetzt gibt damit ist es so ich werde hier schon wieder beschuldet okay ich bin es jetzt auch mal geschulden du bist doch nicht tot ich müsste das ja egal wir werden es ja sehen hoffentlich werden wir die Hunde gewinnen wenn nicht schlecht er rufen die anderen und sagt ja ich hab dran die Hunde gebracht hau ab was ist ein Hundesohn naja ich hoffe wir werden es gewinnen weil das wäre geil das wäre sehr geil naja ich bin nur drin ja allein da sieht man es okay das wäre sehr dumm aber was wir machen wir wollen nicht da gewinnen naja ich mach das jetzt extra ich weiß nicht wenn jemand kommt kommt da jemand? will das jemand fixen? oder hat da jemand überhaupt drauf? ach mein Kill-Codown Kevin und Rene sind hier den Kill machen und hinter Kevin herlaufen ah hier sind 3 ok die dreiste Sau Junge so lost ich hab offiziell gesehen wie Kevin wenden wollte als er wieder weggekehrt hat so lost so lost Junge boah das könnten Kevin und Tom sein also Bro Kevin ist nach oben links gelaufen er wollte grad weg wenden also ich hab auf jeden Fall die Leistung drauf gesehen wie Kevin den Kill gemacht hat Alter ja Bro ja Bro die Sache ist einfach Kevin ist es schon nicht weil er zuerst reinkam er stand da einfach nur ganz entspannt dann habt ihr euch gestackt und allgemein kam der Kill ist es safe boah das ist immer so ne Situation egal das ist so ne ganze Sau das ist so safe Kevin das ist so ein Schwachsinn das ist so ein Schwachsinn das ist so ein Schwachsinn das ist so safe Kevin oh das lagert mir das ist so ein Schwachsinn so safe Kevin hä du bist so los nein das ist so fett Kevin so fett Kevin Boah Alter Flo du bist zu dumm Flo hat uns gerade so fett hier gerettet er schreibt Duke will auch spielen höh er hol die meinte erst für Amongu oder das Kusschen geht raus Kevin Flo du hast unser Leben gerettet ich werde jetzt hier für ein gehen ich werde dir kein kill ich werde hier mit Flo stellen und nichts tun. Die werden jetzt zum Meeting gehen. Aha, Kevin. In dem Fall, die werden hier zum Reparieren gehen. Vielleicht kann man da was machen, vielleicht auch nicht. Ja, wollen wir nicht fixen? Okay, die wollen fixen. Junge, können wir bitte jetzt Jonas kicken? Warum mich, jo? Kicken wir dich, jo? Warum schützt Kevin mich? Weil du komplett an der Bong gesmoked hast. Und du shootest gegen mich? Du hast ja am Anfang gegen mich geschützt. Aber Kevin, ich hol dir bei irgendwelche RAND TS, Bro. Ja, hol mal kurz deinen Schnauze, danke. Ich bin mit Tom in Electric Crew, mach mal den Tags, du kommst rein. Du bist nicht, Junge. Das ist so für Kevin, hä? Wie? Ich weiß, das ist gerade möglich. Alter, Tom. Hey! Ey, Junge, ihr verkauft schon wieder das ganze Spiel, hä? Das ist Party, Digger. Es ist halt so Safe-Cabin. Es ist so Safe-Cabin. Es ist halt so Safe-Cabin. Ich lasse die Runde noch kurz zu Ende, ja. Party, Bruder! Warte, wir zocken ja noch. Alter, der hat Stimme bekommen, fickt mein Leben. Ja, auf jeden Fall. Ich hab das komplett da gechockt. Ich dachte, ich kann es besser machen. Ich bin sogar noch am Among Us zocken. Warte eben. Aber naja, was soll ich machen? Ich hab das so fett gechockt. Hey, Tom. Ist das der Tom von früher? User left your channel. Ich hoffe, Damian macht das. Ist auch noch die kurze Stille. Auf jeden Fall, ich hoffe, Damian macht das, wirklich. Aber schlecht gespielt, muss ich sagen. Sehr schlecht gespielt. Naja, ich hoffe, Damian macht das, weil das war so schlecht von mir gespielt. Na ja, was... was soll's? so reaktor damit fixen nicht fixen er soll sich fixen so chillen so chillen wenn kein kommt kein abrufen na er kommt zwar, er muss damit spiel das gut spiel das gut du bist auf jeden fall fett verkost aber ich hoffe mein mate macht das bruder das ist nicht parley der ist dark du affle das ist schon parley aber parley hört sich an wie sein dad absolut stimmt auch der junge scheiße dazwischen damian bitte mach das bitte mach das damian bitte ich flehe den an er kann doch keinen killen er kann doch keinen killen so ist auch schlecht gespielt also das hätte ich besser spielen müssen komm damian ich hoffe das nicht kill den kill den kill den er hätte den killen müssen er hätte den einfach fett killen müssen ich mach hier einfach random zu so ach das ist ja nicht gefüllt können wir mal rein auf das können wir die ohne mal verlieren bitte danke also also jonas war schon richtig der call ja dann haben wir jetzt damian raus als bitte sagen wo die like lege ich würde actually floh hicken mach mal nicht ja ich wollte die hälfte runde afk ja deswegen ist auch nichts passiert die ganze runde aber ich weiß aber ich war jetzt oben die ganze zeit mit wer war grad mit mir da oben ich glaub floh und noch einfach die sache kevin wir beide können sein trust zu kevin trust zu kevin warte einer war jetzt alleine die ganze zeit ich hab grad snapchat geschrieben ist doch wichtig aber kevin es kamen die ganze zeit lights out o2 und so ne scheiße ja aber es ist keiner wurde gekillt ja jungs ich vertraue euch jetzt wir schmeißen damian raus entweder schmeißt ich ich glaub floh halt gar nicht ich glaub floh ist so am playen und damian ist halt auch dumm bro kevin vertraue mir bitte ich will nicht ne mach 2 top ich bin da ganz schlecht aber floh ist mir hier ein bisschen zu fickig eigentlich ich bin ein bisschen glücklich dass ich pali und dark gerade ran geholt ich mach floh wenn damian gewinnt ist okay aber floh komm damian bitte ja bitte ja dann ja komm hau mich raus bro dann haben wir verloren dann ist die runde wirds vorbei ist nicht so safe tom und kevin oder ja dann wäre die runde natürlich vorbei ich bin schon mal kalter es ist halt damian wieso hast du den gewartet ihr seid lost jungs ja 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 warte mal der geht nicht hinterher da sind wir schon beide wenn nicht hat Daniel schon gewonnen aber ich glaub er kann gleich killen da sind beide das sind Teil 2 ja 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 ja